Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei mir zu Hause. Ich nehme euch heute mit durch meine schnelle Putzroutine. Also das ist wirklich richtig, richtig flott heute, denn ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht viel zu tun. Es war schon sehr schön aufgeräumt. Was ein Glück, kommt selten vor. Ihr kennt das wahrscheinlich zu Hause. Ich kann euch gerne auch unten noch eine andere Putzroutine verlinken, da ist der Chaos ausgebrochen. Ich sage es euch, auch sowas muss man mal zeigen, finde ich, denn manchmal fragt man sich ehrlich, was ist denn hier los mit dem Putzroutine? Da ist doch gar nichts dreckig. Und ihr Lieben, ich wollte euch heute noch jemanden vorstellen. Das mache ich am Ende des Videos, also lasst euch überraschen. Wir starten direkt im Wohnzimmer und meinen Saugroboter, den habe ich schon angestellt und der läuft jetzt hier schon los. Der nimmt mir richtig viel Arbeit ab und ihr seht jetzt hier parallel die Kugelbahn meiner Kinder. Ich habe gedacht, oh Gott, die denken bestimmt, was ist denn das? Deswegen muss ich euch das wenigstens sagen, es ist eine gebastelte Kugelbahn von den Kids. Als erstes mache ich jetzt hier meine Lampe an. Das ist schon so eine richtige Routine geworden. Ganz viele von euch wissen ja, dass ich diese Lampen liebe, wobei die nicht gerade günstig ist, muss ich auch ehrlich sagen. Aber im Shop unten verlinkt findet ihr eigentlich alles für jeden Geldbeutel. Und guckt mal, ich habe sie euch nochmal gefilmt, weil die einfach so wunderschön ist. Ich bin so, so verliebt in diesen Diffusor. Es gibt auch Lampen mit Wachs. Da habe ich mir auch was Neues geholt. Die werdet ihr auch jetzt noch im Video sehen. Denn ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wo ihr startet, ob ihr da so ein Ritual habt, ob ihr laute Musik macht, ob ihr ja spezielle Sachen euch anzieht, eine Jogginghose. Ich mag es auch ganz gerne mal, wenn ich da so Sportklamotten anhabe, weil ich da auch irgendwie, weiß ich nicht, motivierter bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir starten wie gesagt im Wohnzimmer. Es gibt nicht viel zu tun. Da bin ich recht flott fertig. Und so sieht es jetzt schon nachher aus. Auf der anderen Seite ist gar nichts zu tun. Sehr schön. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich dieses Mal erst durchgelaufen bin und habe alles aufgeräumt. Hier im Flur stehen die Schuhe ausnahmsweise ordentlich. Ich glaube, das habe ich schon unbewusst vor dem Video gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, denn normalerweise sieht das nie so ordentlich aus. Der Spiegel ist jetzt hier ein bisschen dreckig, aber ich wollte erst mal alles aufräumen und am Ende, hallo, da bin ich, am Ende wollte ich dann einmal durchgehen und alle Oberflächen wischen. Ich liebe das tatsächlich, wenn alles aufgeräumt ist und ich dann nur noch die Oberfläche wische. Das ist für mich wirklich sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir nochmal im Bad. Da sieht es auch ganz okay aus. Und selbst die Ablagefläche, die zeige ich euch gleich. Das ist meine neue Lampe im Übrigen. Ah, da seht ihr sie. Die ist so schön, die glitzert. Und wenn man das mit den Händen anfasst, also da bröckelt nichts ab. Da hat man keinen Glitzer an den Händen, jedenfalls nicht viel. Und ja, also geht es ran ans Bad. Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt bin ich schon motiviert. Ich habe ein bisschen was aufgeräumt. Das Wohnzimmer ist fertig. Und da habe ich direkt losgelegt mit Putzen. Eigentlich war der Plan anders. Ich habe es euch ja gesagt, ich wollte erst aufräumen. Aber mit ein paar Handgriffen, also wirklich, wenn es mal bei euch an der Motivation hapert, legt euch ein bisschen Musik rein. Oder schaut gerne mein Video, da freue ich mich immer. Und fangt an, langsam, macht ein paar Handgriffe. Und dann kommt das ins Rollen. Und man bekommt tatsächlich immer mehr Lust. Also mir geht das so. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie es euch da ergeht. Ob ihr auch da mehr Lust bekommt. Ja, ich räume jetzt hier alles auf. Ich habe schon alles an die Seite geräumt. Und den Spiegel putze ich immer als erstes. Ich habe ja meine liebsten Wunderlappen. Die kann ich euch auch nochmal unten verlinken. Und ich merke gerade, ich muss Luft holen. Ich rede und rede. Ich sollte zwischendurch auch einmal Luft holen. Die Lappen sind echt schön. Rein theoretisch braucht man dafür kein Putzmittel. Allerdings habe ich so ein Lieblingsputzmittel, was sehr, sehr gut riecht. Auch das findet ihr unten. Ja, ich mag das einfach, wenn es zu Hause gut duftet. Und ich mich wohl fühle. Zwischendurch kommen auch mal die Kinder rein. Da werden mal die Hände gewaschen. Wie das so ist. Und danach muss ich natürlich gleich nochmal putzen. Ist dann immer alles nass. Das habe ich jetzt aber hier nur gemacht, weil ich einfach ja eh am Putzen war. Auch hier im Badezimmer geht es recht flott. Ich gehe über die Oberflächen, den Spiegel, das Waschbecken. Und die Toilette habe ich noch gemacht. Und, ah, nicht gucken. Kennt ihr das? Ich hatte die gerade in der Hand, gell? Ich habe gedacht, ach komm, das lässt die jetzt drin. Und dann bin ich mit den Handtüchern nochmal über die Armaturen gegangen. Wer macht das auch? Bitte schreibt mir mal. Ich mache das echt öfters. Ich habe es halt gerade in der Hand gehabt. Und ja, der alte Putzlappen, den hatte ich schon weggeschmissen. Ah ja, warum nicht? Ja, jetzt kommen ein paar neue Handtücher rein. Die liebe ich total. Und jetzt merkt ihr schon, meine Stimmung wird immer besser. Vorhin war ich noch gar nicht so motiviert im Wohnzimmer. Aber es wird immer besser. Ja, da fehlt unser Radio. Micha hat das ausgebaut und hat das in die Küche eingebaut. Und jetzt haben wir direkt über dem Spülbecken so Lautsprecher. Und ich kann Musik hören. Und ich hoffe bald auch wieder im Bad. Das war ganz schön. Der Micha ist ja Elektriker. Und deswegen kann der dann immer so Sachen halt einbauen. Ich könnte das jetzt selber natürlich nicht. Zwischendrin, während ich das Bad putze, ruft meine Mama an. Und mit meiner Mama, der kann ich ja ewig telefonieren. Da haben wir erstmal eine Stunde gequatscht. Und ja, währenddessen habe ich auch noch aufgeräumt. Leider hat sie nicht auf dem Handy angerufen. Dafür habe ich nämlich solche Kopfhörer. Also solche Ohrstöpsel. Das ist richtig praktisch. Aber ja, so ging das auch irgendwie. Sieht ein bisschen lustig aus. Aber es geht. Später mache ich mir nochmal einen Kaffee und rede mit meiner Mama in Ruhe. Ja, zu Ende. Ungefähr eine Stunde haben wir tatsächlich telefoniert. Und hier kommt parallel auch der Staubsauger. Habt ihr den gesehen? Die Socken sind immer noch hinten bei mir im Po. Und der Staubsauger, der läuft hier immer noch rum und fährt alles ab. Der nimmt mir wirklich viel Arbeit ab. Parallel gibt es dann überall frische Handtücher. Die Handtücher, da habe ich jetzt auch ein ganz neues Ritual für mich entdeckt. Denn eine Zuschauerin hat mir gesagt, Mensch, Rebecca, dein Wäscheduft, den es da im Shop gibt, den mache ich mir immer in Säckchen. Und dann lege ich den in die Trommel rein, also in den Trockner. Und somit kann ich das Mermels benutzen. Das ist eigentlich ein Wäscheduft, der in die Waschmaschine kommt. Und sie hat das in die Socke, in den Trockner gelegt. Und ich habe es auch ausprobiert. Wirklich super. Ja, Rebecca, jetzt merkst du, dass du deine Socken noch im Po hinten hast. Gut, dass du das so früh merkst. Ja, hier mal einen Rundblick in die Küche. Also in der Küche liegt ja doch einiges rum. Habt ihr es gesehen? Wir haben ja gefrühstückt und das lag rum. Und ja, mein Brot muss ich euch natürlich zeigen. Das habe ich gebacken. Das ist so lecker. Und ich nehme euch das nächste Mal mit. Ich verspreche es euch. Ja, es ist unglaublich lecker. Sehr, sehr, sehr einfach und geht richtig schnell. Also naja, gut, Wartezeit und so eine Stunde ist ja üblich. Und jetzt geht es erstmal ran. Die Küche, genauso wie jeden anderen Raum, den teile ich mir immer in eine Zone ein. Und dann mache ich diesen einen Bereich oder in Bereiche. Kann man auch sagen. Nala, du warst zu spät, Nala. Jetzt gibt es keine Krümel mehr. Die Bereiche mache ich dann immer zuerst. Und da räume ich alles ab. Dann, also erst immer aufräumen. Dann wische ich alles. Und ich lasse mich gerade selbst ablenken, weil ich da rumdänze. Ja, und dann ist es fertig und ich bin motiviert. Und dann geht es ran an den nächsten Bereich, an die nächste Zone. Das ist jetzt hier bei mir die Insel. Und auf den Tisch sind schöne, frische Tulpen. Herrlich, oder Mädels? Wie geht es euch? Spürt ihr schon den Frühling bestimmt? Denn dieses Wochenende, morgen kommt das Video online. Ich habe jetzt aktuell Samstag und spreche hier für euch drauf. Und es ist ja so schön, gell? Oh, herrlich, wir waren gestern Fahrradfahren. Ah, ich liebe den Frühling. Und die Tulpen. Wer von euch liebt Tulpen? Schreibt es mir mal gerne rein oder lasst mir den Emoji. Ich habe euch gerade eine Liste gezeigt. Der Tim, der hat sich von mir anstecken lassen. Mein Großer. Ich bin ja so, ja, ich mag gerne alles aufschreiben und habe ja selber Listen und Blöcke erstellt. Auch das findet ihr unten in der Infobox, die ihr bei mir dann kaufen könnt. Und ja, da ist er jetzt auch total im Listen und Fieber und macht da halt seine eigenen To-Do-Listen total niedlich. Ja, hier in der Küche gibt es jetzt noch ein bisschen was aufzuräumen. Das mache ich immer als erstes. In jedem Raum aufräumen und dann geht es ans Putzen. Und heute bin ich echt eine Labertasche, merke ich. Ich habe mir so neue Mülltüten geholt. Die waren ein bisschen zu groß. Ich habe die später dann noch nach vorne gebracht. Auch das hier ist so ein Spiel-Lück. Das habe ich jetzt schnell mal eben weggeräumt und euch mal eine Spiele-Sammlung gezeigt oder unsere. Wir spielen immer ganz gerne. Normalerweise räume ich diese Sachen jetzt, diese zwei Sachen eigentlich am Ende weg. Aber es waren nur zwei. Wenn es so sein sollte, dass sich mehr anhäuft, nehme ich gerne einen Korb und laufe am Ende durchs Haus und bringe alles an seinen richtigen Platz zurück. Das mache ich ganz gerne immer am Ende und auch nur einmal dann mit diesem Korb, weil sonst laufe ich zehnmal hin und her, hoch und runter. Ja, ist vielleicht gut für die Figur, aber, oh hier. Ja, die Kinder sind halt da. Die haben mir eben den Geschirrspüler ausgeräumt und wir tanzen zwischendurch, wie das halt so ist. Ich liebe das tatsächlich sehr mit den Kindern, zwischendrin einfach mal ganz laut und abzudancen. Und dann geht es weiter. Ich räume ein. Die haben es mir vorher ausgeräumt. Die machen das immer zusammen und helfen mir da sehr. Das finde ich richtig schön und das ist für mich eine Riesenerleichterung. Generell hilft die Familie, würde ich schon sagen, viel mit. Auch der Micha macht mit mir abends. Gemeinsam haben wir so eine Abendroutine. Er macht öfters die Küche. Ich gehe nochmal durch die Räume, räume dann auf oder lege ein bisschen Wäsche zusammen und er macht fast immer die Küche. Aber das ist für mich so eine Riesenhilfe, dass wir das zusammen machen. Die Schublade macht sich selbstständig. Ich glaube, mein Sohn ist da hinten. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, dann, nachdem die mir geholfen haben, die kleinen Kids, geht es für die meistens ans Basteln oder Malen. Also, das machen die immer. Das ist schon so ein Ritual, was die sich selbst angeeignet haben. Und ich bin hier noch am Rumwuseln, aber guckt mal, ich habe schon alles fertig abgewaschen, habe ich abgetrocknet, habe ich. Und jetzt geht es ran an die Oberflächen. Ich liebe es, oder? Also, wer liebt das auch? Oberflächen einfach nur noch abwischen. Es ist fertig. Es ist sauber. Es ist sauber, staubfrei für kurze Zeit. Das ist ja immer mit diesem Staub, gell? Furchtbar. Ja, und wir haben im Übrigen auch ein neues Ceranfeld. Das war ja kaputt. Und das hat jetzt der Micha ausgebaut und wieder eingelassen neu. Und es ist ganz und, ja, sieht sehr, sehr schön aus. Hat er toll gemacht. Bin ich immer ganz stolz auf meinen Michi, dass der, ja, alles so gewissenhaft und so ordentlich macht. Und, ihr Lieben, wir sind ja jetzt schon so gut wie durch. Wenn ihr noch Lust habt, dann schaut gerne mal bei der lieben Debbie vorbei. Ich habe die letztens hier auf YouTube entdeckt und die ist so, 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 so lieb. Also wirklich, die macht ganz tolle Putzroutinen. Ich kann sie euch vom Herzen nur empfehlen. Das ist ein so liebenswerter Mensch. Und sie hat auch eine sehr, sehr schöne Wohnung, finde ich. Hat auch ein Kind. Also, die ist wirklich, wirklich toll. Ich werde sie euch mal unten verlinken oder ich probiere es mal, ob ich das oben im Titeltext direkt oben verlinken kann. Schaut gerne bei ihr mal vorbei. Also, falls ihr jetzt noch nicht genug Putzmotivation habt, dann könnt ihr euch da noch mal eine ordentliche Portion abholen. Denn sie lädt heute auch, jetzt um dieselbe Zeit, ein Putzvideo, eine Putzroutine hoch. Bei mir geht es jetzt weiter im Flur. Hier wollte ich noch mal über alle Spiegel gehen. Da denke ich direkt an meine Fenster. Oh mein Gott, ich sage es euch. Ich habe euch ja schon auf Instagram gezeigt, wie es bei uns aussieht aktuell mit den Fenstern. Katastrophe. Ganz viele von euch haben geschrieben, dass es bei euch genauso oder schlimmer aussieht. Ich musste ja so schmunzeln. Also, demnächst werde ich die Fenster putzen. Ich hoffe, Mädels, ihr seid dabei. Wir rocken das zusammen. Ich werde es wahrscheinlich aufteilen. Wir haben ja zwei Etagen oben und unten. Jetzt bin ich hier noch mal im Wohnzimmer. Auch hier werde ich die Oberflächen einfach noch mal abwischen. Da gehe ich überall drüber. Wir gehen jetzt gleich auch noch mal ins Kinderzimmer und ins Schlafzimmer. Beim Großen allerdings war ich jetzt nicht. Der macht schon viel alleine. Der ist neun. Der unterstützt mich sehr. Und die Nala da vorne in ihrem Körbchen. Oh Gott, die ist so süß. Die schläft ja fast den ganzen Tag. Total niedlich. Außer wir haben Besuch. Da freut sie sich wie Oskar. Da ist sie echt happy. Ja, auf der anderen Seite geht es auch noch mal weiter. Ich gehe überall, über alle Oberflächen. Und ich sage euch, ich habe es euch ja schon gesagt, ich liebe es. Es ist so toll. Zwischendrin sind die Kinder da und fragen mich auch mal was. Und dann geht es jetzt gleich auch noch mal nach oben. Im Flur gehe ich auch noch mal über unsere Kommode drüber. Da steht auch noch mal eine Lampe. Die duftet immer sehr schön. Da habe ich Word-Driveler drin. Herrlich. Das Bett habe ich gerade bei der Julia im Zimmer gemacht. Jetzt geht es noch mal bei mir. Also in unserem Schlafzimmer. Ich habe ja den Michi, der ist ja auch da. Nicht nur mein Schlafzimmer. Die kleine Julia hat bei mir übernachtet. Gab es eine kleine Übernachtungsparty heute bei der Mama. Manchmal beim Tim. Manchmal bei Julia. Manchmal schläft auch der Tim bei mir. Wir haben halt ein recht kleines Bett. Deswegen ist es schwierig, dass wir da irgendwie alle drin schlafen. So machen wir solche Übernachtungspartys. Und das ist für uns eine ganz gute Lösung. Ja, jetzt machen wir noch das Bett, Mädels. Ich hoffe, dass euch das Video motiviert hat. Und ich freue mich von euch zu lesen. Ich bin ganz gespannt, was ihr mir schreibt. Ihr schreibt mir in letzter Zeit so, so viel. Und ich freue mich so sehr darüber. Wirklich. An alle, die neu sind. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich auch, wenn ihr mir was schreibt. Ansonsten, Mädels, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Die Sonne scheint hoffentlich bei euch. Wir sehen uns entweder auf Instagram oder im nächsten Video.